Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein Full Face aus den ganzen Produkten, dekorative Kosmetik der ganzen Beautyboxen, die im Dezember bei mir eingetroffen sind. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal zu schauen, wie das Ganze so im Gesicht funktioniert, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mache diese Videos ganz gerne einfach, um zu gucken, ob die Produkte, die ich dann aus den Beautyboxen rausgefischt habe und mich hart drüber gefreut habe, weil es halt dekorative Kosmetik ist, ey Mopser, das ist ein leckerlige Mops hier, tatsächlich auch qualitativ so gut sind und wie die so miteinander funktionieren, am Ende kommt meistens irgendwas dabei rum, was halbwegs gut aussieht, jedenfalls so in dieser Distanz und vor der Kamera, sage ich jetzt mal. Genau, es sind unfassbar viele Beautyboxen im Dezember hier eingezogen, nicht nur, weil Lackadaisy in Spring zusammen mit Kosmetikverlässner Box gelauncht hat, beziehungsweise zwei Boxen, wovon ich mir eine gekauft habe, sondern auch, weil Purish eine dekorative Kosmetikbox rausgebracht hat und irgendwie super viele Sonderboxen dabei waren. Ein bisschen was war auch in Adventskalendern mit dabei und unglaublich, wie voll dieser Tisch hier gerade ist. Ich musste mich auch hart entscheiden, welches Produkt ich jetzt wirklich verwenden werde und ich werde euch auch dabei sagen, in welchen Boxen jeweils das Produkt drin war, was ich euch zeige. Ich hatte ganze vier Primer in Beautyboxen, beziehungsweise Adventskalendern, die ich quasi über Dezember aufgemacht habe, drin. Zum einen in der schon eben erwähnten Purish Box, das Hau Cosmetics Pearl Shine Elixier, was echt klasse ist und wirklich einen ganz, ganz tollen Schein auf der Haut gibt. Ich persönlich möchte aber heute was ganz anderes verwenden. Ebenfalls hatte ich dieses Produkt mit in einer Box. In der Glossybox hatte ich nämlich von Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer drin. Das haben wir auch schon mal zusammen verwendet und genau, das hatte ich nämlich schon mal in der Box mit drin gehabt. Denn in der Glossybox Girls hatte ich einen Primer drin, diesen hier von Rival Loves Me. Und das ist ein Produkt, das irgendwie so leichte nostalgische Geschichten bei mir auslöst, weil ich den seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet habe und der kommt aus meiner Sammlung. Also das quasi, was in der Box drin war, habe ich dann weitergegeben. Der ist so ein bisschen Unicorn-Glow-mäßig und genau, ich zeige euch das mal so in der Hand. Ne, man sieht es auch so ein bisschen. Und der kommt aufs Gesicht. Und der ist nicht nur Blurring, sondern halt auch so, der ist tatsächlich feuchtigkeitsspendend. Und das ist das, was ich brauche. Diese Konsistenzen von Primern, nämlich dieses Flüssige, ist etwas, was ich dieses Jahr echt so gerne verwendet habe. und deswegen wollte ich den heute unbedingt mal wieder verwenden. Ist das nicht ein wunderschöner, natürlicher Glow, den ich jetzt drauf habe? Also das mag ich echt gerne leiden. Klar, Foundation-Produkte, Concealer und so weiter, die haben wir nicht wirklich in Beautyboxen drin. Und wenn, dann ist es immer ein echtes Glücksspiel. Das hier habe ich jetzt aus dem Paket von der lieben Liliana bekommen. Das hat sie mir im Dezember zugeschickt. Und diese Foundation möchte ich gerne jetzt mit euch ausprobieren. Das ist von Guerlain, die L'Essentiel Eclat Naturel 16 Stunden Natural Glow Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Und ich habe die Farbe 02N. Okay, wow, die Konsistenz ist relativ mußig. Und das sieht doch etwas dunkler aus, als ich es eigentlich mir vorgestellt habe. Mal gucken. Ich verwende jetzt auch meinen Pinsel von Fräulein B., denn die Pinsel, die ich jetzt in Beautyboxen drin hatte, diesen Monat, sind leider keine Foundation-Buffer gewesen. Und jo, jetzt trage ich mir einfach mal die Foundation auf. Sehe, dass der Farbton doch etwas dunkel ist, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie harmonisiert. Die ist mega beduftet. Alto Belly, wow. Hals und Gesicht passen nicht so ganz zusammen. Das wäre so der perfekte Tag, um irgendwie im Winter einen Rollkragenpulli zu tragen oder um halt zu sagen, naja, verwende ich lieber mal im Sommer, ne? Aber sie lässt sich schön in die Haut einarbeiten. Jetzt allein schon mit dem Pinsel, ne? Die Foundation ist von der Deckkraft her gar nicht so intensiv, wie ich das eigentlich dachte, weil ich sehe hier tatsächlich auf jeden Fall nochmal eine Rötung durchscheinen. Und sie macht auch ein schönes Bild. Also mir persönlich gefällt sie, aber vom Farbton her würde ich sie dann echt mehr so im Sommer bei mir sehen, ne? Aber ich finde sie schön. Ja, könnte man jetzt natürlich auch mit dem Schwämmchen einarbeiten. Da habe ich hier diesen Riesen-Oschi von Luvia mit Luisa Creshen. Doch, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Hätte ich nicht mal eine Rötung, wäre das auch easy peasy. Und da würde ich sagen, geile Foundation. Ähm, läuft. Doch, schön. Danke Liliana, echt. Ja, Concealer habe ich jetzt auch nicht irgendwie einen speziellen. Dann nehme ich meinen True Match von L'Oreal. Den brauche ich einfach aktuell auf. Und deswegen setze ich mir den jetzt unter die Augen und so weiter und so fort. Alle Produkte sind natürlich wie immer unten auch in der Infobox verlinkt, ne? Also schaut da gerne mal vorbei, falls euch irgendwie was Spezielles interessiert. Oder falls euch eine Box interessiert, die ich hier in diesem Video nenne. Weil, ähm, ja, da findet ihr halt alles, ne? So, dieser Concealer ist nun aufgebraucht und kommt in mein Aufgebraucht-Video, was ich heute oder morgen mal abdrehen wollte, weil da kommt nichts mehr raus. Ja, aber war ein guter Concealer übrigens schon mal so als kleine Zwischen-Review. Zur Einarbeitung des Concealers verwende ich hier diesen, ähm, Deluxe Crease Brush von Real Techniques. Der war in einem Pinsel-Set, den ich von der lieben Melly im Adventskalender drin hatte. Und den verwende ich super gerne, um halt so unter meinen Augen zu setten, um Concealer einzuarbeiten oder um, ähm, ja, hier Lidschatten-Base gleich aufzutragen. Auch eine Lidschatten-Base hatte ich nirgendswo drin von Love Perfectitude. Das ist diese Eyeshadow Primer, bekommt ihr übrigens auch bei Purish, muss es den tatsächlich noch geben. Den finde ich wirklich gut. Und da könnt ihr mit Claudies Welt 15 sogar 15% sparen. Das ist ein Affiliate-Rabatt-Code, ne? Also, das möchte ich hier nicht unterschlagen. Das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Aber für euch werden die Preise dadurch natürlich nicht höher. Also, falls ihr Bock habt, bei Purish was zu kaufen, nehmt gerne meinen Code. Und damit könnt ihr mich nämlich sehr, sehr, sehr unterstützen. Und das macht ihr tatsächlich auch immer wieder. Und, ja, vielen, vielen Dank. Das finde ich total cool. Das freut mich jeden Monat. Ist sehr, sehr geil. Ja, und weil ich hier gerade die Natasha Denona Bronze & Glow Palette habe, die ich übrigens auch von der lieben Liliana zugeschickt bekommen habe. Und hier sind halt Cremetöne drin oder einen Cremeton viel mehr. Den verwende ich jetzt auch noch. Ich habe zwar keinen Creme-Blush jetzt drauf, aber dann verwende ich jetzt so ein bisschen Creme-Highlighter. Ich habe zwar nachher noch ganz schön viele und da wird mir die Wahl auch sehr schwer fallen. Aber, ja, was du hast, das hasse. Und das ist eher so ein Blush-Lighter für mich, weil er doch etwas dunkler ist. Deswegen trage ich den auch relativ großflächig oft. Warum nehme ich da eigentlich so einen kleinen Pinsel für? Ähm, genau. Und, äh, kann die auch dann direkt mal austesten. Das ist jetzt nicht so super viel von, ne? Ist wahrscheinlich, wenn man die jetzt ein bisschen intensiver aufbauen würde, würdest du auch mehr davon sehen. Aber was ich sehe, gefällt mir. In der Glossybox Limited Edition mit Sarah Desideria befand sich auch dieses Puder, was ich perfekt finde, um unter meinen Augen halt so mein Concealer zu setten. Das ist von Kia T-London das Extraordinary Loose Powder. Und, ähm, ja, ne? Also ich finde es super. Ich finde es schön weich. Ich komme damit gut klar. Es staubt gerade ein bisschen, weil da kein Stopper drauf ist. Da sollte ich mal mir angewöhnen, was drauf zu machen. Und hier habe ich jetzt einen Pinsel von Ebelin. Den habe ich auch von der lieben Melli im Adventskalender drin gehabt. Den ich jetzt einfach verwende. Das ist eigentlich so ein Highlighter-Pinsel, ne? Aber mit sowas sette ich gerne unter meinen Augen. Nehme ein bisschen Produkt auf. Und dann wird gesettet. So, ich bin jetzt nur so ein bisschen über, äh, halt unter meinen Augen über meinen Augen. Und so ein bisschen über meine Rötungen hier so drüber gegangen. Was man halt auch super gut machen kann, ist, dass du dir so ein loses Puder nimmst. Und das so ganz vorsichtig auf die Rötungen so drauf tippst. Und das so eine Art Baking-mäßig einziehen lässt, ne? Dann hält das ein bisschen besser und sieht nicht so aus, als hätte man da Schminke drauf geklatscht. Sondern es sieht einfach irgendwie ausgeglichener aus. Zudem kann man da drunter als Base auch super einen Lidschatten-Primer machen. Weil Lidschatten-Primer hält alles immer ein bisschen besser an Ort und Stelle. Also quasi, ähm, dann zumal Foundation-Rampampam drauf machen. Dann auf deine Rötungen theoretisch Lidschatten-Primer drauf tupfen. Ein bisschen eintupfen. Setting-Powder drüber. Baken lassen. Und später, wenn du das ganze Gesicht abpuderst, runternehmen. Und dann sieht das wirklich super aus. Da ich mich jetzt wirklich nur für die Couch fertig mache. Und das jetzt keine Dinger sind, die im Dunkeln leuchten. Jedenfalls nicht mehr. Ähm, lasse ich das jetzt so. Ebenfalls in der Glossybox hatte ich diese wundervolle Palette dran. Von La Splash Cosmetics Moonlight Glow. Das ist, ähm, ja, Blush, Bronzer und, ähm, Puder. Und die möchte ich jetzt gerne zum Abpudern verwenden. Zieht euch mal rein, wie wunderschön dieses Packaging ist, ne? Also das ist echt der Wahnsinn. Und die, äh, Dezember-Box von Glossybox war ja wohl die schönste, die es so gibt, finde ich. Und da ich gleich tatsächlich auch die Natasha Denona Palette verwenden werde, um halt meinen Bronzer zu machen, werde ich hier einfach nur das Setting-Powder verwenden. Weil Blushes habe ich noch andere, die ich gerne verwenden möchte. Und hierfür verwende ich einen Pinsel, den ich, ähm, in der Box drin hatte von Like a Daisy in Spring. Also von der lieben Sarah Isabel in Kooperation mit Cosmetic For Less. Die hat hier nämlich von Nini Brush den Angle Cheek. Quatsch, den will ich gar nicht nehmen. Ähm, den hier will ich nehmen. Den, äh, LBF 09, den Face Definer. So. Und, ähm, damit nehme ich mir jetzt das Puder auf. Und Puder damit, oh, das ist aber weiß, mein ganzes Gesicht ab. Was jetzt natürlich gar nicht so super verkehrt ist, wenn man ja auch eine Foundation drauf hat, die ja so ein bisschen dunkler ist, als man eigentlich ist, ne. Aber eigentlich mag man das ja nicht so gerne, wenn man so einen Weißschleier drauf hat. Also ich finde das Puder wirklich nicht so geil. Es macht ein schönes Finish auf der Haut. Das kann man nicht anders sagen, weil es, ähm, kriegt nicht in irgendwelche Poren, betont keine Fältchen oder so. Also das definitiv, das ist das Positive da dran. Aber ich finde, dass es relativ fleckig aussieht und halt diesen Weißschleier macht, ne. Das finde ich jetzt nicht so bombastisch. Ich lasse das jetzt so. So, aber für den Bronzer verwende ich jetzt hier diesen LBF 11, Engel Cheek Brush. Ist eigentlich ein Blushpinsel, aber das Fändchen ist halt auch so klein. Und hier habe ich dieses Blush and Bronze Powder. Das ist sehr dunkel und sehr rot, ne. Aber sagt ja auch der Name. Huch. Und sehr pudrig. Okay. Muss ich mal gucken, wie ich damit arbeiten kann. Weil, wow. Da kommt aber, ich weiß nicht, sehr, sehr viel Puder gerade raus. Alter Schwede, ey. Und wenn ich das dann aus dem Pinsel rauspuste oder klopfe, ist das dann natürlich weg. Aber wir probieren das jetzt erstmal vorsichtig. Das ist gar nicht so verkehrt, ne Sammy? Und er so, gute Nacht. Ja gut, dann trage ich mir das jetzt einfach mal so ein bisschen auf, wie ich halt meinen Bronzer auftrage. Nö, wenn man das so sanft macht, aber so richtig, richtig sanft. Dann wird das was. Dann wird das was. Weil das halt ein sehr warmer Braunton ist. Aber das sagt ja auch die Bezeichnung in der Palette schon. Aber dennoch ist es nicht verkehrt. Also da muss ich ein bisschen lernen mit umzugehen, weil das halt sehr, sehr stark pigmentiert ist. Da meine Babyhärchen rasten hier am Ohr natürlich mal wieder aus. Auch eher ein Sommerprodukt, finde ich, für mich, ne? So, dann blende ich jetzt hier nochmal mit diesem großen Fluffel einmal drüber. Ich muss aber sagen, dass ich die Palette eigentlich schön finde. Also man muss ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber das Ergebnis gefällt mir. Ich muss noch üben, aber es gefällt mir. In meinem Wichtel-Paket, was ich ja von der lieben Jasmin zugeschickt bekommen habe aus der Trash-Show, Saurus, Trashy, Wandergruppe, war dieser Blush drin. Und zwar ist das von Kiko aus der Charming Escape Limited Edition der Silky Blush in der Farbe 02 Tasty Peach. Den möchte ich jetzt auf jeden Fall auf dieser Seite einmal ausprobieren. Pinsel haben wir ja schon am Start. Den mache ich hier am Handtuch nur etwas sauber. Und dann gehe ich da einmal rein. Einmal ein bisschen abklopfen. Und normalerweise mag ich diese Kiko Blushes immer sehr, sehr gerne. Wow. Der ist gut pigmentiert. Kann man nicht anders sagen. Der ist da. Der ist auf jeden Fall am Start. Wow. Hat auch einen schönen Glow mit dabei. Ne, den mag ich, ne? Also das ist halt so ein typischer Kiko Blush. Die, auf die kannst du dich verlassen gerade. Also jetzt die Kiko Blushes aus den Limited Editions, ne? Die kann ich immer wärmsten Herzens empfehlen. Krass. In dieser Box mit Like a Daisy in Spring, also mit Sarah Isabel und Cosmetic for Less, war von Nabla der Skin Glazing Blush in der Farbe Independence drin. Mega schöne Farbe. Den möchte ich jetzt auf dieser Seite einmal auftragen. Das ist so ein Blush, der eigentlich so von sich aus... Beautiful. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, der von sich aus gar nicht so super intensiv pigmentiert ist, aber den man toll aufbauen kann. Aber da hatte ich eher meinen, den ich schon in Anwendung habe, den in der Farbe Lola im Kopf. Wow. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Ich habe einen langen Winterspaziergang draußen gemacht und bin dann reingekommen und habe dementsprechend rote Wangen von hier bis nach Metten der wahnsinnigen Tüten. Ich sag euch das. Oh mein Gott. Nein, aber der ist halt schön, ne? Also die Nabla Blushes sind schon krass schön. Auch die haben einen Schimmer mit drin. Und deswegen wollte ich die beiden halt jetzt auf meine Wangen geben und finde die beide richtig, richtig schön. Der von Nabla ist sogar noch ein bisschen intensiver als der von Kiko, was man aber anhand der Farbe auch schon im Fändchen sehen konnte. Krass. Und jetzt habe ich mein Glow wieder, ne? Krass. Eben todesmatt. Und jetzt, bam, hier bin ich. Ich bin eine Weihnachtskugel. Mega geil. Ähm, einen habe ich jetzt nicht verwendet. Und zwar ist es der hier von Lottie London. Den hatten wir in der Look Fantastic Box mit drin in der Farbe Haze. Der ist natürlich auch nochmal eine Spur krasser, ne? Ähm, ja. Aber ich wollte jetzt die beiden auftragen, weil ich habe nur zwei Gesichtshilfen mit des Videos, ne? Und jetzt habe ich tatsächlich vier Highlighter. Und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, welchen ich verwenden möchte. Doch, doch. Ich glaube, ich habe mich jetzt so ein bisschen entschieden. Müssen wir mal gucken, ob ich mich, äh, ob ich immer noch bei meiner Entscheidung bleibe. In der Blissine Box hatte ich nämlich von Fenty Beauty den Killer Watt Highlighter. Der ist extrem schön. Also das kann man nicht anders sagen. Der ist mega schön. Den trage ich jetzt auf. Und das ist einer, der nicht so extrem ist, ne? Und den kannst du, ach, das ist wie Glasskin. Also den mag ich super, super gerne. Der ist echt, echt schön. Hat keine eigene Farbe oder so dabei. Der ist jetzt nicht irgendwie, dass er dieses Beißliche hätte. Der ist nicht Champagnerfarben. Also das, was jetzt hier so Champagnergold rauskommt, kommt nicht von dem Highlighter. Das kommt von dem Blush, der darunter ist, ne? Und der passt sich halt schön an. Den kann ich mega, mega empfehlen. Genauso wie auch die Blissine Box an sich, weil die ist immer mal wieder für eine Überraschung gut. Hier weiß ich einfach, dass ich den geil finde. Der kommt aus der Cosmetic for Less Like a Daisy in Spring Box Highlighter Reloaded von Revolution Golden Lights. Da habe ich gestern erst noch meinen in Just My Type verwendet. Richtig geiler Ton und geiler Highlighter. Aber der wird jetzt heute mal nicht verwendet. Auch bei diesen beiden Highlightern bin ich mir absolut sicher, dass sie geil sind. Ja, komm, dann machen wir das so. Den Ofra, den hatte ich ja in der Purish Box drin. Highlighter Star Island. Den möchte ich jetzt gerne auf meine andere Gesichtshälfte auftragen. Und das ist halt so ein richtig schöner, gefälliger Ton. Auch da nehme ich den Highlighter Pinsel wieder. Oh, hier ist noch eine Folie drüber. Die machen wir nochmal ab. Die sind halt immer sehr, 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 sehr geil, ne? Also das ist wow, 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 wow. Der ist aber mega intensiv. Huch, das hatte ich jetzt gerade erst mal nicht so erwartet mehr. Huch, huch, huch. Aber der ist auch sehr heftig. Na komm, ausgeblendet geht das auf jeden Fall klar. Und die Ofra Highlighter, die sind einfach auch der Wahnsinn, ne? Das ist so krass. So, so krass. Mag ich gerne. Ich weiß gar nicht gerade. Also das hier ist ja so von Glow Below, ne? Also eher so dieses dezente, natürliche Zurückhalten. Und hier hast du Bäm. Krasses Pferd, ey. Okay, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Und, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, den Kiko, den hatte ich ja auch von der lieben Jasmin bekommen. A Holiday Fable Divine Glow Highlighter in der Farbe 01 Secret Gold. Hat jetzt erstmal schon mal eine wunderschöne Verpackung. Und die LE müsste es auch noch geben. Und dieses, oh, Pressing ist ja auch der Wahnsinn in den Typen, ne? Den gebe ich mir jetzt so ein bisschen auf meine Mitte. Also Nasenspitze da und Rampampam. Erinnert mich übrigens extrem, extrem an die Limited Edition Highlighter von MAC. Da gibt es ja auch zum Beispiel von letztem Jahr diese Fische, diese Keulkarpfen, falls ihr euch erinnert. Ganz genau so sieht das aus, ne? Das ist schon krass. Und, ja, den gebe ich mir jetzt so auf die Nase, zwischen die Augenbrauen und auch aufs Lippenherz. Und der ist halt auch echt schön, ne? Krass. Ja, 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 ja. Hier wurde eskaliert. Okay, nachdem wir jetzt so eskaliert sind, eskalieren wir auch nochmal eine Stufe weiter. Und zwar haben wir diese wunderschöne Palette von Dutze auch in der Box drin gehabt. Oder Dusch, Dutze, weiß ich nicht, habe ich in einer Box drin gehabt aus dem Glossy Box Sale. Und da habe ich halt Töne drin, womit ich meine Augenbrauen jetzt machen kann. Und zwar diese beiden hier. Und die werde ich jetzt verwenden, weil Blush und Highlighter habe ich ja schon verwendet. Und Lidschatten habe ich hier noch en masse liegen, wo ich mich eh noch gleich entscheiden muss. Ich mache mir jetzt hier meine Augenbrauen mit Light Brown und Rich Brunette. Weil das ist halt eine Palette, die du quasi für dein komplettes Gesicht verwenden kannst. Und deswegen mag ich die sehr gerne, wie man sieht. Hierfür habe ich ebenfalls von der lieben Melly in dem Real Techniques Pinsel Set einen Pinsel drin gehabt. Ich weiß gar nicht, wie heißt du denn? Augenbrauen Pinsel wahrscheinlich. Steht nicht drauf. Ne. Der 343 RT, also da steht es, Angled Brow und Spoolie. Okay. Steht doch drauf. Genau. Den werde ich jetzt verwenden. Naja. Gefällt mir nicht so ganz, ne. Aber das ist, wie es ist. Und wir gucken mal, ob wir da gleich noch ein bisschen nachkorrigieren müssen. Denn jetzt werde ich noch zwei Augenbrauen Gele verwenden. Einmal hat die liebe Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, mit, ja, ne, Kosmetikverlässt in die Box das von Avaline Cosmetics reingepackt. Finde ich persönlich ganz cool, weil Avaline Cosmetics ist mega underrated. Das ist so eine richtig coole Marke. Oh, hier steht es auch. Make-up Brand No. 1. Sehr interessant. Also die haben sehr, sehr tolle Produkte, ne. Da habe ich auch mal ein Fullface zugeschminkt. Ultra Fixing Eyebrow Gel Shape and Care. Gebe ich mir mal auf diese Seite. Sehr, sehr gelig tatsächlich. Sehr nass. Da bin ich mal gespannt. Interessant. Also dieses Nasse verklebt die Augenbrauen gar nicht so, wie ich befürchtet hatte. Sehr, 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 sehr cool. Das finde ich echt nice. Und dann lege ich hier oben ja immer dann die Härchen, die zu sehr hoch stehen, ein bisschen runter. Bin ich mal gespannt, wie das gleich auch runter trocknet, ne. Ob das dann auch wirklich fixierend ist. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Jo, mag ich. Auf der anderen Seite habe ich im Glossy Sale mal wieder dieses Kryolan Eyebrow Reforming Gel drin gehabt. Das ist auch ganz gut. Kryolan, Kryolan, Kryolan hat so ein Oshie wie hier als Bürstchen. Wow. Ist ja auch Theaterschminke und Filmschminke und so, ne. Das heißt, die sind ja auch ein bisschen professionell unterwegs. Dementsprechend, das merkst du halt auch bei der Schminke sehr häufig, dass sie halt für die Ewigkeit mehr oder weniger gemacht ist. Und das finde ich immer sehr praktisch. Jo. Sieht jetzt auf beiden Seiten relativ wild aus, aber auch sehr löchrig, ne. Also da muss ich sagen, Augenbrauen Puder bin ich nach wie vor nicht so der Ultra-Fan von. Da bevorzuge ich tatsächlich eher so, ne, einfach Stifte oder sowas zu nehmen. Das mag ich einfach lieber. Und verschiedenste Lidschattenpaletten befinden sich auf meinem Tisch und das wird echt der Wahnsinn in Tüten. Zuallererst habe ich hier von Steve Laurent eine Lidschattenpalette. Es ist nachher in den Kommentaren aufgekommen und da habt ihr vollkommen recht und ich habe es mega vercheckt, dass die Lidschattenpalette aus der Burstery Edition, die die Glossybox mal rausgebracht hat, eine andere Farbe ist. Deswegen werde ich die auch nicht verwenden. Ja, weil ich habe die andere schon, ja, in der Verlosung weitergegeben tatsächlich. Dann hatte ich hier von Kia T. London in der InStylebox eine Palette drin. Die kommt der von Steve Laurent in der Glossybox-Geschichte sehr, sehr nahe, denn das ist auch die Bronze Edition. Huch, ich glaube, ja, also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, die jetzt gleich auch mal zu verwenden, ne. Also die sieht echt sehr, sehr schön aus. Dann hat Sarah Isabel diese Palette in ihre Box mit reingepackt. Die Variante 2 habe ich mir, glaube ich, gekauft. Real Love Revolution Express Shadow Palette. Auch das ist eine sehr schöne, grün-braun-goldene Palette. Passt super zu meinen Augen, finde ich klasse. Ebenso mag ich gerne leiden die Make-Up Obsession Mood Palette. Also die fand ich auch hammermäßig. Hätte ich so nie mir bestellt, aber als ich die dann hier hatte, war ich direkt schockverliebt. Also richtig, richtig cool. Und dann hatte ich natürlich noch dieses Riesen-Oschéphie in der Purish Box mit drin. Und zwar die Be Perfect Carnival 4, glaube ich, oder 3, The Antidote mit Stacey Marie 4. Genau, IV. Hammermäßig. Also das ist so ein Riesending. Aber ich glaube, die muss ich nochmal separat verwenden. Da kannst du ja wirklich jeden Look deines Lebens gefüllt mit schminken. Du hast ja grüne Töne drin, aber halt auch diese rötlich-warm-bräunlichen und wahnsinnig geile. Also das ist eine Palette, die ist hammermäßig. Aber die werde ich jetzt nicht hier verwenden. Die werde ich demnächst nochmal verwenden. Die lege ich mir hier zur Seite. Genau. Ich nehme jetzt hier von Kia Tee die aus der Insta-Box. Genau. Hier verwende ich dann auch die Pinsel von Leni Brush, die bei der Sarah Isabel mit im Pinselset drin waren. Ich habe ja schon eine Lidschatten-Base drauf. Ich habe auch schon meine Lider gesettet. Das heißt, jetzt kann ich direkt auch schon mit Crease-Tönen und sowas anfangen. Und das mache ich auch. Also ich starte zuallererst mit diesem Braun-Ton, der sich hier befindet. Kickback ist am Start. Da muss man ein bisschen abklopfen. Und den gebe ich mir so auf mein bewegliches Lid und blende den dann auch so ein bisschen nach oben hin aus. Mit meinen Scheibenwischbewegungen. Kann man das glauben, dass ich tatsächlich hier unter der Augenbraue, man sieht es glaube ich gar nicht mehr so intensiv, einen Mückenstich habe? Ich habe mich die letzten Tage echt gewundert, was das ist, ne? Man soll sich jetzt mit dem Ton auch schon mal direkt hier unten an den Wimpernkranz. Das sieht jetzt sehr basic aus, ne? Ja, einfach ein matter Ton, Claudinchen. Ja, dann nehme ich mir diesen Rot-Ton. Das ist auch ein matter. Hat der überhaupt einen Namen? Crystal. Der heißt Crystal. Warum heißt so ein Ton Crystal? Komisch, ne? Aber gut, ja, den nehme ich jetzt auch mit diesem Pinsel auf. Und den setze ich mir jetzt einfach ganz locker nach außen. Da nehme ich mir jetzt so einen Smudger-Pinsel und gehe in diesen Gold-Ton rein. Hat der auch den Namen Gold? Der heißt Bubbles. Irgendwie passen die Namen nicht dazu. Die stehen hier hinten drauf und irgendwie passt das alle nicht. Mal gucken, ob ich den mit dem Pinsel aufgetragen bekomme. Oh ja, das funktioniert. Den setze ich mir so relativ aufs Zentrum eigentlich von meinem Auge. Genau, weil quasi nach innen hin kommt gleich noch was anderes und nach außen hin auch. Ja, das ist so ein Ton, der krümmelt ein bisschen in der Gegend rum, ne? Also der verursacht halt auch Fallout, aber das war irgendwie auch absehbar. Jetzt kommt nach innen hin ein Ton, also quasi nach, also hier in mein inneres Drittel. Dieser Orangenschimmer-Ton. Mag ich ja gerne leiden, sowas, ne? Aprikot-Pfirsich mit Goldschimmer. Das geht am besten meistens mit dem Pinsel, weil du, also ich komme da halt nicht mit dem Fingerbein, ne? Ich setze mir den aber nicht in meinen inneren Corner, weil dafür habe ich gleich was ganz anderes. Und der hat ein bisschen mehr Glitterflitter als der Goldton. Ja, geht aber relativ harmonisch darin über und passt. Dann nehme ich mir diesen ganz dunklen Ton, auch schimmernd, nennt sich Latte, auch wieder mit dem Smudger auf. Und den gebe ich mir einfach so nach außen hin. Das mag ich wohl leiden. Kann man sich nicht, ne? Das ist halt so ein typisches, wie ich gerne meine Augen schminke. Drei Schimmertöne drauf, irgendwie zwei matte Töne drauf, fertig ist die Laube. Das ist ein schönes Gedünsen und vor allem auch das Ergebnis gefällt mir, ne? Das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen nervt, ist das ganze Fallout, gerade weil das hier so Gold dann auch ist, ne? Aber gut, ja. Aus der Ferne gibt es einfach dem Gesicht etwas mehr Glow, wenn man das jetzt einfach mal positiv ausdrücken möchte. Kann sich wohl sehen lassen. Für meinen inner Corner und meinen Augenbrauenbogenvieh habe ich aber ein ganz anderes Produkt. Und zwar aus der Look Fantastic Box ist das von Etrebelle, der Spotlight Highlighter Pencil. Und den hätte ich jetzt natürlich auch als Creme Highlighter unter meiner Pudergeschichte verwenden können. Aber ich möchte den super gerne jetzt am Auge verwenden. Zum einen gebe ich mir den dann quasi hier oben ganz scharf, wenn man halt wirklich, ne, versuchen möchte, die Augenbrauen etwas mehr zu betonen. So unten drunter. Das kann man jetzt entweder mit dem Pinsel oder so mit dem Finger ein bisschen ausblenden. Passt jetzt nicht so hundertprozentig, weil ich ja eigentlich ein relativ warmes Augenmake-up habe. Aber vielleicht ist das gerade der Kontrast, den ich haben möchte. Man weiß es nicht. Das ist immer eine Interpretationssache, ne? Und in meinen Innenwinkel gebe ich mir den jetzt auch mal ganz forsch. Habe jetzt eigentlich gedacht, dass es super easy damit funktionieren könnte. Naja, vielleicht, wenn meine Augen zehn Jahre jünger werden, ne? Aber so geht das auf jeden Fall klar. Ich habe das jetzt aufgetragen. Ist jetzt nicht sonderlich ausgeblendet oder so. Hat was von Kajalstift. Also das ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei für mich. Aber es macht ein Augenbrauen, äh, ein Augenbrauen, ja, Augenbrauen-Highlight auch, aber auch Innenwinkel-Highlight. Geht klar. Bin ich jetzt aber kein Ultra-Fan von. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr was in meinem Gesicht ausprobieren. Zum einen beginne ich, dass ich mir den braunen Eyeliner ziehe, der auch bei Laked Daisy in Spring und Cosmetic Full Lace von Revolution in der Box mit drin war. Kugel zum Schütteln. Richtig geil. Chapeau, chapeau. So, also da hat sie einen schönen Eyeliner ausgesucht, da kann man toll mit malen, da kann man auch eine feine Linie mit zeichnen. Hätte ich nicht erwartet. Finde ich extrem gut, das gefällt mir. Und auch zu so einem warmen Look passt da natürlich auch so ein, ja, Espresso-farbener Eyeliner ein bisschen besser, weil das Ganze dann nicht ganz so hart aussieht. Ganz, ganz, ganz. Wie oft kann man dieses Wort sagen? Und, äh, ja, gefällt mir. Hat, äh, macht Spaß. Wird hier direkt auf meinen Schminktisch kommen, weil ich hab aktuell keinen braunen Eyeliner hier stehen gehabt. Mega. Einen hab ich aber noch. Da hab ich ein bisschen Angst vor. Ich hab eigentlich gesagt, Dip Eyeliner, mhm, die will ich nicht mehr haben. Aber dann hat Sarah Isabel den hier mit reingebracht. Und den möchte ich jetzt echt irgendwie, irgendwie hier mit integrieren, auch wenn das vielleicht nicht ganz so passt. Ich weiß es noch nicht. Von Root Cosmetics, der Gimmie Glitter Liner. Und, äh, das ist in der Farbe Prism und ich bin da sehr gespannt drauf. Ne, ist halt ein Lip Eyeliner, aber ich hatte den auch auf meinem Handrücken gespotscht und mir gedacht, Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Das ist eher so holographisch. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu diesem Look so mega passt. Aber wir probieren das mal, dass ich mir das quasi, ähm, hier oben so über meinem Goldton drüber ziehe. So als Verlängerung von meinem auch sehr hellen, kühlen Inner Corner Highlight. Also hier so, ne? Muss ja nur ein bisschen hier innen anfangen. Und sich dann hier so weiter verdünnisieren. Sieht man nicht allzu viel von. Meint er? Ich find's, ja, okay, ne? Also das ist sehr bunt. Ich glaub, es passt einfach nicht zu diesem Look. Ne, aber zu anderen Looks passt es bestimmt ein bisschen besser. Jetzt hab ich ihn da. Er wird auf jeden Fall das ein oder andere Mal jetzt zum Einsatz kommen. Ich find den eigentlich ganz hübsch. Sparkle, die, flage, die, irgendwie find ich's ganz cool. Ähm, ich hab jetzt zwei Setting Sprays, die ich verwenden möchte, beziehungsweise eigentlich möchte ich eins davon verwenden. Einmal hab ich hier von Saint Lux das Setting Spray. Okay, das war jetzt in der Glossy Box Girls mit drin und das hatte ich auch, glaub ich, letztes Mal schon mit euch zusammen verwendet. Deswegen wird das jetzt nicht verwendet, sondern das war's in Lage Daisy in Spring, die liebe Sarah Isabel bei Cosmetik Volles in ihre Box mit reingepackt hat. Von Catrice das Multitalent Fixing Spray. Ähm, da muss man nur ein bisschen aufpassen, weil das anspucken kann. Irgendwas. Achso, ja. Eine kleine Erinnerung, genau. Und, äh, da muss man halt aufpassen, weil das ist halt kein feiner Sprühstoß, ne, ein bisschen weiter weghalten und dann auch nachher schön eintupfen, das ist besser. Gut, damit fixiert man dann auch so gefühlt das halbe Schminkzimmer mit, aber egal. Und dann gehe ich meistens mit einem Schwämmchen oder halt mit einem, ähm, Pinsel ohne Produkt noch einmal kurz so drüber, damit man halt diese, äh, ja, nassen Punkte ein bisschen verteilt bekommt, ne. Aber das Fixing Spray hatte ich auch schon vor Jahren mal gehabt und fand das total klasse. Also das gefällt mir ganz gut, mag ich. Und jetzt kommen wir zur Mascara. Ich hab nur zwei Augen und vier Mascaren, die ich hier stehen habe. Äh, das wird jetzt ein bisschen crazy, mhm, welche ich dann nehme. Ich glaube, ich nehme die beiden, die ich noch nicht so kenne. Zum einen habe ich hier von, äh, Catrice die Last Changer Volume Mascara in Waterproof. Die war im Glossy Box Sale mit drin. Hatten wir in der Purish Box diese Nabla Vicious Mascara drin, in diesem goldenen Design. Die liebe ich. Habe ich auch schon mal leer gemacht. Ich glaube sogar zwei Stück davon. Und die ist einfach extrem empfehlenswert. Aber die kenne ich halt schon, die liebe ich schon. Die kann ich euch echt wärmstens ans Herz legen. Aber ich habe jetzt hier zwei andere. Da weiß ich noch nicht so genau, wie die so ticken. Und deswegen möchte ich die gerne mit euch zusammen verwenden. Da habe ich einmal von Tarte die Man Eater Mascara. Die hatten wir in einer großen Größe drin gehabt. In der My Little Box. Und ich habe halt noch die kleine hier zu Hause. Deswegen, ne, verwende ich einfach meine. Die hat ein, ähm, Gummibürstchen, was sehr lang und sehr, sehr dick ist. Erinnert auch ein bisschen an die MAC 3D Dimension Mascara. Und es gibt auch von Catrice diese Bold, glaube ich, heißt die. Da ist so ähnlich, ne. Und dann hat die liebe Sarah, äh, die Sideria. Mensch, so viele Sarahs hier. Ähm, in ihrer Glossy Box Limited Edition, diese hier von Kryolan drin gehabt. Die möchte ich mit euch ausprobieren. Die Supreme Volume Mascara. Und da kommt hier unser Bürstchen. Das ist auch so ein Gummibürstchen. Das ist aber so ein bisschen, äh, ja, Tannenbaumförmig, ne. Das ist quasi nach oben hin spitz wird. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil das irgendwie außen so aussieht, als hätten diese, äh, ja, Bürstchenenden Noppen. Also sehr, sehr interessant. Das testen wir doch mal aus. Man Eater Mascara, Kryolan Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, beide können sich sehen lassen, ne. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich die, ähm, die Mellniter Mascara auf dieser Seite, äh, besser finde. Ne, weil die halt, ähm, nicht nur die Länge gibt, sondern halt auch das Volumen, die verdichtet die Wimpern, was die Kryolan Mascara leider nicht macht. Also da finde ich für meine persönlichen Bedürfnisse alles irgendwie ein bisschen zu wenig. Und, ähm, jo. Also da definitiv geht für mich persönlich der Punkt an, die Tarte Mascara. Jetzt gibt's noch Lippenprodukte. Und da hab ich direkt vier Stück hier. Ähm, einmal hab ich hier von Emasa Magic Finish Berry Tint. Das war in der Glossy Box mit Sarah Desideria Edition mit drin. Tattoo Tata ist draußen am Start. Das ist eine wunderschöne Farbe. Das könnte ich mir jetzt auch zum Look richtig gut vorstellen. Im Glossy Sale hatte ich auch mal wieder den, äh, Filou von Josephine Cosmetics. Aber, nö, 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 das ist halt so eine Art Liquid Lipstick auch, ne. Den hatte ich jetzt auch, glaube ich, letztes Mal verwendet. Deswegen kommt der jetzt zur Seite. Von Revlon hatte ich in der Look Fantastic Black Friday Limited Edition, die Farbe 225. Und da hatte ich auch beim Unboxing schon gesagt. Ich glaube, ich hab den schon. Und ich hatte den auch tatsächlich schon in meiner Sammlung drin. Ach, das ist eine schöne Farbe, ne. Das ist mehr so ein bräunlicheres Braun. Und das hier ist eher so ein, ja, bieriger Ton. Wie die Namen schon sagen, Claudinchen. Und dann habe ich von der lieben Melly diesen hier bekommen. Auch das ist ein bieriger Ton. Rosewood Road oder Rosenholz Ton von Manhattan. Und den kann ich euch auch mal swatchen. Ist auch eine ähnliche Farbe. Wow. Wie der von Asam, aber ein bisschen heller. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alles klar. Ja, dann nehmen wir mal den Asam Berry Tint. Und die Asam Lippenstifte, muss ich wirklich sagen, die gefallen mir wirklich gut, ne. Da der jetzt ein bisschen kühler ist, als ne, 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 passt das nicht hundertprozentig gut. Trotzdem finde ich die Farbe schön. Also ich fühle mich damit sehr, sehr wohl, ne. Habe auch zum Beispiel bei meinen ganzen Adventskalender-Unboxings auch gerne den in dieser Rotfarbe. Der steht gar nicht mehr hier. Der ist bei mir in der Tasche. Weil den hatte ich Weihnachten auch mit. Mag ich von der Textur, von der Haltbarkeit sehr gerne. Und als letztes habe ich hier noch ein Parfum. Und da habe ich auch schon mal im Unboxing gesagt, ich glaube, ich habe das schon in meiner Sammlung. Auch das war in der Glossybox Girls. Und das ist von Kappa, der, der Duft-Blush. Und, ähm, genau, den hatte ich schon mal in der Box mit drin gehabt. Und deswegen musste ich das ja nicht nochmal extra aufmachen. Das ist halt sehr alltagstauglich für mich. Sehr floral, sehr, ja, rose, ne. Rose sagt halt ganz laut Hallo. Und, äh, ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt keinen Schmuck um. Das muss ich nachher noch machen. Aber ich kann ja meine Haare aufmachen, dass ihr das Gesamtkonzept dann einmal so sehen würdet. Wie das Ganze dann aussieht. Und, äh, mir gefällt's. Wirklich schön, oder? Die Foundation ist hammermäßig. Ich mag, also, das Einzige, was mir halt wirklich nicht gefällt bei meinem Look, ist tatsächlich meine Augenbrauen. Ne? Da kann ich ja mal kurz fühlen. Okay, Aveline. Ne, Quatsch. Das ist Aveline, oder? Ja, warum hatte ich das denn jetzt? Ach, Mist, jetzt habe ich das Ganze vergessen. Aber die sind beide gut. Also, bei beiden kann ich mich nicht beschweren. Das ist jetzt nicht wie festgetackert. Das heißt, du spürst es nicht wie zum Beispiel dieses Lamination von Essence mit, ähm, mit Merve. Ähm, also so gefällt mir das. Weil dein Look halt, ja, es ist nicht so bunt. Ne? Wenn ich jetzt die Be Perfect Carnival Palette genommen hätte zum Beispiel, dann wäre mir das, hätte mich das gestört mit den Augenbrauen. So ist es jetzt. Natürlich habe ich auch viel Glitzer und viel Rampampam auf meinen Augen drauf. Aber es ist jetzt nicht so bunt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, mir gefällt mein Gesamtlook richtig gut. Ich glaube, ich drehe tatsächlich gleich noch Videos, weil ich mich gerade so wohlfühle. Da müsste ich gleich mal ein bisschen Schmuck anlegen. Muss ich mal schauen, was dann so für, äh, Videos und Boxen auf mich warten. Denn, ihr Lieben, das war jetzt hier mal wieder mein Fullface Beauty Boxen von Dezember. Ich glaube, im Januar wird es ein bisschen Mauer werden, weil da ist, äh, eher so immer dieser Pflegemonat und so. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was die Boxenpacker sich so überlegen, was sie in die Boxen für uns reinpacken. Und, äh, ja, das war es jetzt hier von mir. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.